Saarländische Rockgeschichte zum Anhören und zum Anfassen gibt es zurzeit bei der Ausstellung Saar Rock History im Historischen Museum in Saarbrücken. Die Schau spannt einen Bogen von den 50er Jahren in die Gegenwart. Sie dreht sich um die ersten Rockversuche in saarländischen Wohnzimmern und Tourenhallen, um gescheiterte Träume und beachtliche internationale Erfolge. Herzstücke der Ausstellung sind die Exponate. Ein Fax von Paul McCartney, die legendäre Latzhose von Ex-Scorpions-Drummer Hermann Erbel und die weiße Gitarre von Nicole, mit der sie einst den Grand Prix gewann. Außerdem ist ein Nachbau des St. Wendler Beatclubs Lindenau zu sehen.